Wir sind jetzt hier am Belek Bietpark. Das ist der öffentliche Strand in Belek. Der Strand ist etwa drei Kilometer von der Mountain View Residenz entfernt. Mit dem Auto kann man aber auch mit dem Fahrrad gut erreichen. Fahrräder gibt es in Belek zu mieten. Dieser Strand wurde 2020 komplett neu umgebaut. Mit Restaurant, öffentlichen Toiletten, Duschen. Alles ganz sauber. Wirklich toll gemacht. Zu erschwinglichen Preisen, da hier auch viele Einheimische hergehen. Und essen ungefähr 30 Lira. Pizza, Burger, was aktuell drei Euro sind. Und wirklich toll gemacht. Liege kostet ungefähr 10 Lira. 1 Euro geht auf zu machen. 1 Euro geht auf 4 und 3 Euro geht an. Die kleine oberen Loser, die da der Riesenradie. Ich bin dann in der Nahrung durch. Die Marke, die Nahrung durch die Nahrung durch die Riesenradie. Das ist auch der Nahrung durch die Riesenradie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020